Hallo und herzlich Willkommen bei GS of War. Gute Laune. Ja, Versus, was ist heute am Start? Ich glaube König des Hügels war auf Fallout. Kurz gucken, ja, genau. Es ist übrigens der selbe Tag, wo ich mein kleines Rage-Video gemacht habe, um die Stimmung mal zu beschreiben. Vielleicht wird das ja auch eins und dann geht das auch direkt die Tage raus, weil sowas hat natürlich oberste Priorität. Komm, da haben wir euch eingenommen. Sehr gut, lief ja schon mal gut, der Anfang. Jawoll, haben wir auch schon gekriegt hier. Ich muss die Empfindlichkeit mal höher stellen, also ich komme da, äh. Oh, okay. Wir wollen uns ein paar Punkte schenken. Alles klärchen. Da kommen wieder ein paar Freunde. Ja, komm, kommt noch raus, ja. Oder so. Oh, nicht gut. Yo, 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 yo. Das war krass. Eigentlich hätte ich die haben müssen. Leider nichts geworden. Nicht schlimm. Wir holen uns noch genug. Wir sind ja greedy. Dann haben wir den Down gemacht hier. Jawoll, genau, da kommt der Nigger von hinten. Ja, krasses Duell. Da stelle ich auf jeden Fall gleich mal hoch hier, weil das kann ja auch nicht wahr sein, ne? Ja, die Laune ist natürlich, äh, 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 wieder genau ganz oben. Komm, wir sind aber gerade noch am Führen, deswegen hältst du das gerade in Grenzen. Ja, ja, komm, ja, komm, du Klaikse, ey. Der merke ich schon, der ist richtig feuchte Beine, der Typ, ey. Bei dem merkst du direkt sofort, was das für einer ist. Der erschreckt keine Kinder, der Typ, ey. Der tritt, hast du, einer, der tritt, äh, äh, Welpen. Yo, yo, yo. So, das lasse ich nicht machen hier. Komm, komm da her, du Pesser, ey. So ein feiges Stück Scheiße. So, so einer, genau, genau, direkt die zweite, ja, klar, ey. Ich habe gerade noch so Motivationsvideos angeguckt, ja. So, stay focused, bleib dran und so. Das mache ich natürlich jetzt auch, ich bleib hartnäckig. Nichtsdestotrotz, äh, werde ich das eine oder andere Mal. Ich habe jetzt gemerkt, ich bräuchte langsam mal einen Popschutz, aber habe ich schon erwähnt in der letzten Folge, dass es leider Lieferschwierigkeiten gibt. Und ich sehe es dir auch nicht einmal mehr als Neues zu bestellen. Ähm, da müssen wir einfach mal gucken. Ich sage noch mal diesen hier. Ja, geil. Bin ich der Einzige? Ich sehe mich eigentlich nur alleine da reinrennen. Die anderen gehen hier außen rum, werfen ein paar Granitchen da rein. Ganz süße, feige Schweine. Und dann beschweren sie sich, wenn sie verlieren. Ja, toll. Jetzt hat er einmal alle geholt. Super. Jetzt freut er sich und keks. Das ist so eine positive Belohnung jetzt. Jetzt macht er das immer so. Wegen ist unser Kollege direkt da. Ah, Kopf ab. Ah, okay. Ah, cool. Ganz toll. Durch die Action da. Ja, genau. Nächstes Mal bitte noch ein bisschen weiter. Spau mich bitte beim nächsten Mal am Ende der Map. Weil das ist mir viel zu nah an der Action hier. Ja, natürlich gibt er uns noch. Alter, ey. I know I'm not a skiller, ey. Aber das lass ich mir echt nicht mehr bieten. Ja, natürlich. Ja, wenigstens haben wir den gekriegt. Ey, das ist eine Gelugtum. Oh, ey. So einen Ring haben wir auch mal kurz weggenommen. Wenn mein Team so blöd ist, dann mal kurz reinzugehen. Also echt, ich bin wirklich hier voll der Mülleimer in dem Spiel. Aber man kann mir nicht vorhalten, dass ich mich nicht anstrengen und alles gebe, Jungs, für den Sieg. Mir geht es irgendwie primär um den Sieg. Und dann, wenn ich am Ende auf die Dingens gucke und nur meine Kills sehe, dann bin ich schon ganz froh. Meistens jedenfalls. Endlich habe ich mal ein bisschen Support hier. Jetzt kommen sie wieder mit acht Mann. Du Wichser, Mann, ey. So ein volles Stück Scheiß, ey. Gut gemacht, aber die sind immer genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das fuckt mich einfach so unnormal ab, ne. Oh, Alter, was geht mit ihm? Kann er vielleicht mal reingehen, ey. Wenn er so gut spielt, dann muss er auch gut im Punkt einnehmen sein. Die müssen jetzt nur rüberlaufen. Und ich muss jetzt hier den ganzen Weg nach hinten. Ey, das ist so ein abgefuckter Haufen hier. Ich habe das gesehen. Ach, super, ey. Ey, 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 ey. Ja. Knarrt der Controller schon. Das ist jetzt mal, äh, nicht der Stuhl, sondern das Gesicht von dem Typen. Oh, wir haben den Punkt mal eingebaut. Oh, ist der der Wahnsinn. Geil. Hä? Was ist hier los? Warte, ein bisschen verwirrt hier. Verwirrt. Komm, die Punkte brauchen wir auf jeden Fall noch hier. Hier ist anscheinend nichts los. Alter, das kann nicht wahr sein. Das gibt es einfach nicht. Ja, stirb schon. Verblutet. Ja, und jetzt auch. Jawoll. So. Das glaube ich mir. Ja. Schön mit 60 Bildern pro Sekunde zersegeln. Das ist aber ein Träumchen. So will man noch sterben. Das wird ja auch schon passiert. Ja, läuft einfach vorbei. Oh, ja, super, ey. Jetzt bin ich glücklich. Ja, ich auch. Ich bin, äh, hundeglücklich. Hundeglücklich muss schon was heißen. Die Alte traut sich nicht, oder was? Ja. 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 Und ich weiß. Ja, aber das fällt mir. Lass dich schön holen, ey. Der hat sich schon auf einen schönen Kill gefreut. Hat er auch bekommen. Mit seinen eigenen Tod. Jawoll! Schön konzentrieren! Ups. Ja, ganz toll. Genau, genau das wollte ich jetzt hier. Ich muss Gas geben, ne? Ich muss Gas dranbleiben, auf jeden Fall. Wir haben es ja schon verloren, aber scheiß drauf. Jawoll, die safen sich gegenseitig alle. Boah, echt ein gutes Team. Richtig gutes Team, das hätte ich auch mal gerne. Genau so, bitte. Wahnsinn, ey. Wo ist es jetzt? Ja, gehen wir beim Einnehmen, gut. Äh, wahrscheinlich nicht mehr lange. Ey, das ist doch unglaublich! Das kann nicht wahr sein, Mann! Ey, das ist doch echt ein Scherz, ey. Versteht's? 0-0, ah. Stört einfach richtig am... Ist das ein Rumi oder ein Gegner? Ein Gegner, ne? Ja. Komm, 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 komm. Wo bleibst du? Wir gehen hier andersrum, ne? Jawoll. Oh nein! Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ein Stück Fleisch hier einnehmen. Komm, schnell, schnell, schnell. Ja, sorry, ich wollte nicht lezitieren, ne? Ja, wie willst du? Ah, der Otto, ey. Die kleine Hure. Das gibt's echt nicht. Die Klamotten von seiner Mama angezogen. Sehr viel Gemetzel. Jawoll. Ist schön hingelegt. Oder so mag ich sich am liebsten. Kanate. Aber die kommt an, die kommt an. Aber jetzt ist der nächste wieder da oben, ne? Ja, da sind sie wahrscheinlich jetzt schon. Pass auf. Ah, guck mal, schon ist es blau. Das ist der Wahnsinn. King of the Hill bringt mich hier echt noch zur Weißglut, ey. Da sag ich euch. So, auf ein neues. Weiter geht's. Na, so wie ich hier drauf bin, finde ich auch gar kein Team mit GAS Award, wenn wir zocken wollen. Es sei denn, die sind so drauf wie ich. Aber wer ist das schon? Wer ist schon so drauf wie ich? Wer spielt dieses Spiel schon so emotional wie ich? Jawoll, Ottwoll, die Kleine. Siehste Maus. Also, wir sind aber nicht wirklich. Okay, es sind eher die Spiele, die mit KDs angegeben sind. Ja, da rastet der wirklich. Also, da hört der Spaß dann echt bei mir auf. So, tschüss. Und jetzt mach ich tschüss. Jawoll, natürlich. Und der schon wieder. Die beiden, ne. Das sind die einzigen beiden, die mich hier holen. Jawoll, genau. Was zum Thema? Ach komm, ey. Yes. Unglaublich, ey. Dieses Spiel wird unzockbar für mich, wenn das nicht so weitergeht. Komm, Punkte, Punkte, Punkte. Bausch, eigentlich Punkte. Ja, Kopf ab. So sieht's besser aus. Ja, tot. Gut. Der Fleischwolf, ne. Oh, wir müssen jetzt auch noch zwei Runden gewinnen. Der zockt schon gar nicht mehr. Der hat auch keinen Bock mehr. Der eine geht schon zum nächsten. Ach, Leute, ehrlich. Da sind doch alle da. Wie soll ich jetzt hier angehen und da hingehen und angreifen? Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich, ey. Und wo kommen sie jetzt? Links, rechts? Wahrscheinlich links. Weiß nicht, warum ich die jetzt schon geworfen habe. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Frag mich später. Na, ich auch. Ein bisschen Punkte bekommen. Ah. Boah, Junge. Ich dachte schon, da wäre eine Gegnergranate gewesen. Da wäre ich aber richtig abgerastet hier. Abgerastet. Uah. Ach. 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 Habe ich schon frisch weggenommen. Hab immer noch gehofft beim dritten Blick, ob das vielleicht dann noch da ist. Aber nein. Ah, mein alter Freund ist hier. Den nehmen wir direkt mal besuchen, oder? Er wollte mich komplett verarschen, dann hat er eine Leiche gehabt, ey, weil nicht, weil dann war das jetzt richtig, dann war das jetzt richtige Verarsche, dann war das jetzt richtige Verarsche, wo ist der nächste, so, da oben, ich gehe hin, auch wenn ich da oben zerfetzt werde, weil die spielen mit mir da wie so einen Gummiball, natürlich, das ist so unglaublich, ey, ich habe gar keine Chance, wahrscheinlich spiele ich 13 zu 80 wieder, ist ja glaube ich immer 80, wenn ich so einen Vergleich aufziehe, yo, der war auch lustig, oh, Alter, komm, einen nehmen jetzt hier, jetzt müssen wir hier safen, gut safen, Vorsicht, jawohl, genau, jetzt schießt er, ja geil, ich habe nur so ein Ding da reingemacht, komm, hol den dir, ach komm, bitte, ey, der holt, ey, jetzt sind sie wieder zu vierter, ey, das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, was da für ein Zufälle aufeinander klatschen oder sind die alle in der Party oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind die alle richtig gestört, ja, ich bin natürlich nicht gestört, nur die anderen, ey, der Sound, die haben sich hier Soundbugs drin, scheiße, verladen, verladen, egal, hauptsache die Punkte, jetzt kommt das nächste gegenüber, oder, ja, jetzt müssen wir schon da rüber, liegt vielleicht die Waffe da, ja, die holen die sich natürlich, und jetzt müssen wir ready sein, jetzt haben wir den Vorteil, den die vorhin hatten, jawohl, genau, so muss das sein, oh, alter, er schreckt mich doch nicht so, okay, ich halte die Seite hier, nein, ey, wahnsinn, komm, hol ihn, ach, das ist ja gar keiner mehr, ach, das ist das Schlimme, wir müssen auch noch zwei Runden gewinnen, ne, das ist, das ist das Allerschlimmste, ich komme meinen Jungs jetzt von hinten, von, äh, zur Hilfe, oh, da komm ich schon die nächsten, Wieso habe ich es überhaupt versucht, ey, bei dem hat die Pumpgun dann auf einmal so eine Rage von 80 Metern, ich habe schon wieder 80 gesagt, von 132,6 Metern, meine ich, ich bin so verzweifelt, ja, genau, jetzt geht das auch wieder los, ey, die Schwänzerei, wo ist das nächste, hat er gar keine Chance da oben, stehe ich ja super, warum habe ich das Gefühl, dass es hier so richtig kollidiert jetzt, dass wir alle auf einen, komm, geh doch schneller hier, der Oddworld, der hat uns natürlich wieder, ne, jetzt nicht, wie gesagt, der mich nicht gekriegt, der Pisser, die meinem Team, die rasieren richtig, aber die gehen nur auf Killsburg, 39, 33, sind mehr als die anderen haben, aber die nehmen mich ein, anscheinend, oder, falsche Zeit, falscher Ort, weiß ich nicht. Ah, tschüss. Natürlich kann er mich natürlich, da sind zwei Leute von mir, aber die können mich nicht zeigen, die sind so blöd für diese Spür, oder was? Ey, das ist doch nicht möglich, ey, ohne Spaß. Ich schwitze mir so den Arsch, sind die ja alle so voll am chillen, oder was? Komm, einen nehmen hier. Der Schwanz wollt hier. Ja, ganz genau. Ey, Wahnsinn, ey, ich krieg's hier nicht gebacken, ich komm nicht voran. Ja, natürlich nehmen die jetzt ein, ey, kann der mal an die andere Seite vorbeigehen? Wahnsinn, natürlich wird der, wird der Granatenspot gedeckt von den Jungs. Einmal einen krassen Move rausgeholt, direkt wieder im Arsch. Ja, da sind schon wieder drei Leute. Wir waren nur zu zweit da, jetzt kommt gleich wieder nur eine Welle von einem oder zwei. Ja, guck mal, zwei Stück, die reißen jetzt auf jeden Fall, die schaffen das bestimmt. Ist nicht möglich, ne? So, die beiden haben wir jetzt. Nein, ich hab mich verloren und deswegen verkehrt. Oh, der Bogen ist doch gerade da, ne? Kann ich da vielleicht mal irgendwie so... Wahnsinn, immerhin hab ich den gekriegt. Der holt sich jetzt den Bogen. Willst du mich verarschen? Ey, Junge, Alter. Das ist echt... Ich komm darauf nicht klar auf dieses Spiel, ey. Bei dem Versuch jetzt, ihn wegzuholen, werd ich eh verrecken. Warum mach ich's? Weil ich behindert bin. Ja, toll, schade, ey. Hätte ich gern noch gehabt, den Pässer. So, auf geht's zur letzten Runde, zur letzten Schlacht. Ihr seht, ich bin mega motiviert, wie ihr seht, wie ihr hört. Wenn ihr mich sehen könntet, ich weiß nicht, die Kamera wär inno-rot. Müsste ich erstmal den Rot-Ton runterstellen. Aber nicht so rot wie der Kloppo, weil der Kloppo ist Illuminati. Ja, sehr gut. Super, 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 so. Man hättet ja sogar noch aus. Kann ich jetzt leer? Ja, ganz toll. Ne, ist doch nicht leer. Wahrscheinlich geht's gleich doch wieder aus. Unfassbar, unfassbar. Das ist einfach... Was willst du machen, was willst du machen? Was willst du machen? Das ist so unglaublich, ey. Ich fang gleich an zu heulen, ne? Also, vor Lachen natürlich. Ich weiß nicht, ob hier so ein Gangster die Granaten mitnimmt. Das machen nur die ganz großen Gangster. Jetzt werde ich dann schon von hinten wieder getaggt. Oh, das war doch mal toll. Und du hast auch noch... Jawohl. Das Ganze ging an den Team gerissen. Und das ist so eine Genugtuung. Das ist so eine abgefuckte Genugtuung. Alter Schwede. Er hat das gut getan. Das ist echt... Das ist... Vitamine für die Seele. Wir machen natürlich auch direkt den Abgang. Weil eine Aktion reicht ja pro Runde, ne? Ja, das nächste. Da müssen wir jetzt ganz schnell rüber. Warum geht der da nicht hin? Warum geht der nicht einnehmen? Verstehe ich nicht. Komm, 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 komm. Ich brauche ein bisschen mehr. Nein, das ist nicht wahr. Wo sind die anderen Jungs? Ja, da kommen schon die von den Gegnern. Die sind natürlich immer da parat. Jetzt geht es ein bisschen Paradebeispiel für ein gutes Team. Die arbeiten zusammen. Und deswegen werden die auch gewinnen. Ich habe keinen... Ich kann nichts machen. Nichts. Alleine bin ich wie so eine Prüsteblume. Und alle fünf Prüsten drauf. Die Aktion vorhin mit den Kills. Das war der Löwenzahn in mir. Aber das ist ein Hobby sehr gut. Habe ich nicht gesehen. So, jetzt schnell einnehmen. Komm, komm, komm. Was ist denn hier los? Warum geht der jetzt auf Kills, ey? Das kann nicht sein. Die Zeit müssten wir nutzen. Ey, eingenommen, ey. In letzter Zeit sind schon wieder 90 gespawnt von denen. Jetzt ist es vorbei hier. Schluss mit Lustig, ey. Ich habe gegen diesen Typen gegen diesen Oddworld nichts auszurichten. Nichts. Dann würde ich also liebsten eine Nachricht schreiben, was er für einen schönen Po hat. Aber wie die Kriegsweteranen wissen, Rache behindert durch den Fortschritt. Komm, jetzt müssen wir alle drauf hier. Ey, Junge, Alter. Die sind schon wieder zu dritt da drin. Das kann nicht sein. Wie können die denn so gut organisiert sein? Junge, was denkt ihr, wer da ist? Alter, wir haben sie gesehen, oder was? Ich habe gerade blöderweise einen Pulli an, weil ich vorhin noch unterwegs war. Und das wird mir jetzt zum Verhängnis, weil ich bin schon eher so schwitzen. Also, im Winter, ich habe keine Heizung, aber ich habe dafür noch durchgelüftet. Oh. Natürlich, warum versuche ich es überhaupt, Junge, Alter? Ohne Spaß, ey. Da kann ich eigentlich direkt wegrennen. Wahnsinn, ey, Wahnsinn. Und der geht jetzt wieder rüber schon? Was ist mit dem los? Das ist so lächerlich. So fucking lächerlich. Und was steht der eigentlich wieder da rum? Kann man das mal irgendjemand erklären? Ich streng mich hier für nichts an. Meine Nerven verbrate ich hier für den Arsch, ganz ehrlich. Ich weiß, wer von hinten getaggt, aber egal. Tschüss. Da ist dieser Schwanz World da. Komm, halten. Wir brauchen die Punkte. Da ist ein Homie. Scheiße. Ich weiß nicht, wie wir die Nades werfen, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall, wir müssen rüber. Ja, hier müssen wir hin, oder? Das müsste eigentlich der Nächste sein. Ich chill schon mal hier. Ist ihr das Nächste? Ah, geil. Jawohl. Jawohl. Hab ich's dir gegeben, du kleiner Sack. Oh, der Oddworld. Oh nein. Sonst immer so gut. Und warum jetzt? Was war das? Komm, haut den weg, den alten Sack. Bin wir jetzt von hier, oder wie sieht das aus? Ich muss hier bleiben. Ich muss ein bisschen Präsenz zeigen, damit wir in Ruhe hier halten können. Es sieht nach dem Sieg aus. Es sieht so aus. So, wenn wir tatsächlich gewinnen. Was ist los? Ja, genau. Da geht es ja immer an. Schon verkackselt. Komm, bitte, 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 bitte. Natürlich. In der Zeit, wo ich jetzt in den Jagen gehe, verschwende ich viel Zeit. Jawohl. Wir haben gewonnen. Niemals aufhören. Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Alter, Schäde bin ich fertig. Also, von meiner Seite aus, ich bin platt, ich bin nass geschwitzt. Wir haben gewonnen. Ich bin vorletzter. Es ist okay. 33 Kills. Ich weiß nicht, wie viele Tote. Wahrscheinlich 11.000, so wie die Zahl da stand, die EP-Anzahl. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich bin raus. Haut rein. Peace. Ciao. Mau miau.